Also wir sind jetzt bei der Red Rock Ranch in Herbolsheim, einer unserer Action-Points. Werner, unser fleißiger Badenbiker mit Fahrer, kümmert sich schon ums Pferdle und schmeckt, aber das soll es nicht aufessen. Zwischendurch haben wir aufregende Sachen erlebt. Zum Beispiel, Werner, erzähl mal, wir haben einen Brand verhindert, oder? Es hat schon gebrannt. Es hat schon gebrannt und zwar bei Rengsheim auf dem Erdbefeld. Da war Stroh in Brand geraten, vermutlich durch eine Flasche, die liegen geblieben, gepulte Bierflasche und dadurch hat sich das Stroh entzündet. Wir mussten über die Leitstelle, über die 112, die Feuerwehr Rengsheim alarmieren und die auch ankamen und nun am Löschen des Brandes ist. Wir haben quasi mit den Badenbikern auch ein Stück Baden gerettet heute, oder? Ja, ein schönes Stück, weil wenn das Stück kaputt geht, dann fehlt ein Stück wichtiges Erdbefeld. So sieht es aus. Also Spaß haben und noch Leben retten bzw. Felder retten und Pferde sowieso. Jetzt darfst du es essen.